Der September war ein schwieriger Monat für die meisten risikobehafteten Anlageklassen, wie z.B. Rohstoffe, Private Equity oder die globalen Aktien. Dafür war er ein guter Monat für die Staatsanleihen weltweit und auch für die Schweizer Staatsanleihen. Bei den globalen Aktien ist es so, dass der amerikanische Aktienmarkt für einmal zu den Verlierern des Monats gehörte. Das hat sicher auch mit der Korrektur im Sektor der Informationstechnologie zu tun. Dieser Sektor ist in den USA stark gewichtet in den Indizes der Amerikas und als Folge auch eine stärkere Korrektur für die amerikanischen Aktien dort. Der Schweizer Aktienmarkt hat gegen eine positive Performance ausgewiesen in diesem Monat. Er hat von der Defensive Zusammensetzung des Indexes in der Schweiz profitiert und natürlich auch von der Tatsache, dass im September der Schweizer Franken handelsgewichtet etwas schwächer geworden ist. Die globale Konjunktur hat sich nach dem Schock im Frühjahr stark erholt und sich normalisiert. Das sieht man weltweit. Ob es in China, in Europa, in Japan oder in den USA ist dies der Fall. Bei gewissen Indikatoren, vorlaufenden Indikatoren, sehen wir eine stark Erholung. Das ist zum Beispiel beim Einkaufsmanager Index beim ISM in den USA, insbesondere beim Subindex Neuaufträge, also den New Orders. Der ist ein ganz wichtiger vorlaufender Indikator. Man sieht es auch hier bei dieser Grafik nach der starke Korrektur im März, April eine starke Erholung. Jetzt haben wir den höchsten Wert seit 15 Jahren in Bezug auf diesen Indikatoren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Lager abgebaut wurden in den letzten Quartalen. Also wir haben viele neue Aufträge, weniger Lager. Das wird dazu führen, dass die Produktion sich erholen wird und als Folge die Konjunkturerholung aus der Angebotsseite der Volkswirtschaft sollte weitergehen. Aber auch was die Nachfrage Seite der Volkswirtschaft angeht, was zum Beispiel den Konsum angeht, was die realen Detailshandelsumsätze angeht. Wie man hier auch in dieser Grafik auch sehen kann, wir haben eine klare Erholung der Detailshandelsumsätze in den USA. Wir sind auf einem Niveau, das es höher ist als noch vor dem Ausspruch der Covid-Krise. Und in diesem Sinne haben wir gewisse Hoffnung, dass die Erholung dann weitergeht. Es ist Realität, dass die Erholung des Konsums in den USA und anderswo nicht nur mit der sehr expansive Geldpolitik zu tun hat, aber vor allem mit der expansiven Fiskalpolitik, vor allem die Unterstützung der Haushalte durch die Regierungen. Die Einkommenstransfers, die stattgefunden haben, waren sehr stark in den Vereinigten Staaten von Amerika. Als Folge ist das verfügbare Einkommen in Amerika seit dem Ausbruch der Krise nicht gesungen, sondern gestiegen. Natürlich sind einige Teile dieses Fiskalprogramms jetzt ausgelaufen. Wir sind davon ausgegangen, bis vor kurzem, dass die beiden Parteien Amerikas, die Republikaner und die Demokraten in der Lage wären, dieses Fiskalprogramm zu erneuern, zu erweitern. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Und bleibt dies nicht der Fall auch für die nächste Zeit, dann wird das verfügbare Einkommen wieder rückläufig sein in den USA. Das kann durchaus einen Einfluss auf den Konsumverhalten haben und dann natürlich auf die Konjunktur. Aber der Einfluss muss nicht übersetzt werden. Erstmals in der Zwischenzeit haben wir eine Erholung des Arbeitsmarktes gesehen und als Folge steigt wieder das Einkommen aus der Arbeit. Es war nicht so hoch wie im Februar, aber wir sehen klare Zeichen einer Erholung des Bezüglich. Und zweitens, was ganz wichtig ist, wir haben letzte Woche die Zahlen von den Flow Funds erhalten in Amerika und uns fällt auf, dass die amerikanischen Haushalte im dritten Quartal wieder ihr Nettovermögen haben steigern können und damit haben sie die Verluste des zweiten Quartals wieder ausgleichen können. Und zweitens noch die Verschuldung der Haushalte in den USA ist noch einmal rückläufig gewesen. Man sieht es auch hier. Heute beträgt die Verschuldung der amerikanischen Haushalte im Verhältnis zu ihrem verfügbaren Einkommen 85 Prozent. Und das ist deutlich höher als die Werte, die wir noch vor zehn oder zwölf Jahren hatten. Damals waren wir bei 120, 130 Prozent. Und da gleichzeitig noch die Zinsen deutlich gefallen sind, ist auch die Zinsbelastung der amerikanischen Haushalte, um ihre Schulden zu finanzieren, deutlich gesunken und als Folge bleibt deutlich mehr verfügbares Einkommen von dieser Seite. Also insgesamt gesehen, ja, ein Fiskalkliff wäre negativ für die amerikanische Konjunktur, hätte vorübergehend negative Folgen. Aber die gute strukturelle Lage der Bilanzen der Haushalte wird dafür sorgen, dass diese Erholung des Konsums weitergehen wird. Untertitelung des ZDF, 2020